herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch die nur die besten werden alt box von jbo alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung nur die besten werden alt von jbo das ganze aus dem jahr 2014 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich rock jawohl es ist das zehnte album der band wir haben hier eine box in einem sehr ungewöhnlichen format und zwar ist das ganze hier recht groß und recht lang es ist sogar so lang dass ich es hier nicht mal wirklich eingefangen bekommen deswegen habe ich hier so quer hingelegt denn wir haben hier wirklich einen riesengroßen karton der wie wir hier unschwer lesen können tatsächlich eine biertankstelle enthält ja ich bin schon sehr gespannt kleine info zu diesem release beziehungsweise zu dieser box das album jbo nur die besten werden alt das kam im jahr 2014 raus zu diesem album gab es damals dann auch eine box also eine reguläre album box und zusätzlich dann ein paar monate später also anfang ich glaube im februar 2015 erschien dann diese box das ist sozusagen die tour edition der box oder die tour edition zu diesem album nur die besten werden alt ja wir haben hier eine box im hochformat wir lesen hier oben einmal die jbo biertankstelle limitierte fanbox dann haben wir hier das cover limited summer breeze edition also dort war eben das live konzert nur die besten werden alt und hier dann noch mal nur die besten werden alt super limited summer breeze album edition inklusive live cd plus dvd also nachdem man dort auf diesem festival dann entsprechend seinen den auftritt hinter sich gebracht hatte hat man dann dann noch eine tour edition rausgebracht inklusive eben live cd plus dvd gut hier unten haben wir noch dann die beteiligten das ganze erschienen über afm records und einen barcode auf der rechten seite sieht das ganze so aus wir haben hier wunderbar diese biertankstelle abgebildet und lesen hier noch limited fanbox enthält jbo biertankstelle nur die besten werden alt summer breeze edition inklusive live cd und dvd jbo poster und echtheitszertifikat gut so sieht die biertankstelle dann aus wir haben hier auch noch einen fsk 0 sticker auf der dritten seite haben wir hier dann noch die vier herrschaften bzw ihre silhouetten zu sehen dann haben wir hier die tracklist 19 stück gesamt weitere infos barcode labels ok und hier noch mal die seite die wir vorhin auch schon mal hatten also die ist hier zweimal drauf gut von unten sieht das ganze so aus also special edition boxen made by 4merch.com klassisch für jbo das ganze hier auch natürlich immer in pink gehalten und oben lesen wir limitierte fanbox das bier ist da zum trinken jbo das bier ist da zum trinken ok dann würde ich sagen nachdem wir die box jetzt wirklich intensiv studiert haben dass wir mal reinschauen so hier oben das ganze ist hier noch zu schauen wir mal ob wir das hier öffnen können so das ist so die erste lasche und dann kann man hier den deckel aufmachen so als erstes kommen uns hier mal entgegen das album im digipack dann haben wir hier einen styropor deckel dieser beinhaltet auch gleich den kopfteil bzw diesen aufsatz hier für die für diese tankstelle für die zapfsäule so was haben wir noch einen weiteren styropor ansatz und dann sollte glaube ich schon ja genau die zapfsäule hier zum vorschein kommen holen wir hier mal raus einmal und dann müsste noch genau hier unten ist dann auch noch das poster sowie das zertifikat so ich glaube jetzt haben wir wirklich alles genau hier im moment hier unten ist dann wenn man es erkennen kann wirklich nur noch ein styropor teil drin der natürlich die tankstelle diese zapfsäule in position hält so den ganzen riesen box teil hier können wir mal zur seite geben und dann schauen wir mal was wir haben also die tankstelle ist hier noch in folie bedeutet wir werden hier mal entsprechend das ganze aufschneiden hat hier sogar so ein plastikteil noch mit dran ok so das war es mal damit dann haben wir noch eine gebrauchsanweisung dann den kopfteil und natürlich das album an sich so das werden wir mal aus der folie befreien und dann schauen wir uns das genau an so gut nach dem jetzt wirklich alles auf geschnitten haben können wir aufmachen so und dann starten wir wie immer mit dem album an sich der rest wird dabei noch zur seite gepackt so gut los geht's also das ist das album an sich nur die besten werden alt in dieser limited edition mit live dvd und live cd das ist hier ein sticker ebenso wie der fsk 0 sticker all das kann man dann hier ablösen das ganze kommt in einem digipack so sieht das aus auf der seite und auf der rückseite haben wir dann die tracklist wie gesagt 19 tracks an der zahl die live cd aufgenommen während der was ihr wollt tour 2014 und die live dvd die ist aufgenommen beim summer breeze festival 2014 so beteiligte barcode dann würde ich sagen schauen wir mal rein so die infos bonus live cd tracklist dann hier bonus live dvd tracklist und so sieht das ganze aus also auf der linken seite haben wir zuallererst einmal in dieser stecktasche das booklet also das ist das eigentliche cover ohne diese sticker und so drauf sieht so ein bisschen nach usa aus irgendwie so grand canyon oder so beziehungsweise es ist glaube ich auch ein haus vielleicht eine hausruine ein kaputtes haus da im hintergrund zu sehen ja aber die landschaft auf jeden fall irgendwie sehr karg hier hinten so gelb sieht so nach wüste aus so wir haben die einzelnen tracks wort für wort hier abgedippt ja es scheint tatsächlich die häuserruinen zu sein denn wir haben hier noch mehr zerstörte häuser und dann die einzelnen bandmitglieder fotografiert das booklet natürlich hier wieder in pink hauptsächlich jede menge kaputte häuser und dann haben wir hier noch die infos beziehungsweise die credits zum album gut das war's mit dem booklet ups da ist ja noch was drin alles klar okay also ein infofly von afm records also was es hier noch für releases oder künstler bei dem label gibt so dann haben wir zuerst einmal die cd das ist das album nur die besten werden alt so sieht das aus dann haben wir die live cd und spätestens jetzt sehe ich auf jeden fall eindeutig dass sie eine häuserruine ist also das war das cover jetzt nur eben ohne bandmitglieder so das ist die live cd natürlich auch wieder in schwarz und pink und dann haben wir die dvd vom summer breeze ok also dvd live cd und album cd alles hier mit drin 19 tracks plus 13 auf der live cd und dann noch 12 tracks auf der dvd ok dann haben wir ein zertifikat das hat man ja immer bei den afm records boxen bedeutet hier steht nochmal der boxen aufgelistet und eben die info dass sich hierbei um eine limitierte edition handelt ok dann haben wir ein poster mit dabei schauen wir uns gleich mal an jawohl also hier nochmal das album cover etwas größer im querformat und auf der rückseite die einzelnen fotos die wir so im booklet hatten also alle vier herrschaften nochmal einzeln abgebildet vor den entsprechenden häuserruinen doppelseitig bedruckt beide seiten im querformat und als letzten boxen halt haben wir dann hier noch diese zapfsäule und zwar setzt die sich hier zusammen aus diesen zwei teilen wir haben hier einmal die zapfsäule in pink und schwarz hier lesen wir wieder den sticker das bier ist da zum trinken in der mitte groß jbo also beidseitig hier mit diesem sticker dann haben wir hier einen durchsichtigen behälter der ist hier auch entsprechend beschriftet also hier kann man dann die menge entsprechend ablesen die man hier rein füllt also das dürften wohl milliliter sein 100 bis 900 milliliter also ziemlich genau ein liter dürfte dann hier reingehen wenn man wirklich hier bis zur kante oben anfüllt und dieses loch hier oben ist natürlich einerseits zum befüllen da aber auf der anderen seite kann man dieses dann auch noch mit hilfe dieses teils hier verschließen bedeutet wir probieren das gleich mal genau so sieht das dann aus also ihr kennt das sicher von so alten klassischen zapfsäulen die haben dann auch immer meistens den anbieter da oben der tankstelle oder von dem benzin von der marke das sie verkaufen und in diesem fall ist das natürlich dann auch hier wieder mit jbo gebrandet unten sieht das ganze so aus und dann haben wir hier auch noch einen schlauch mit einer zapf pistole so wie man es kennt hier sogar noch ein haken ich schätze mal ja je nachdem wie man das dann hier einhängt so wahrscheinlich dann kann man das hier wunderbar einhängen und dann haben wir hier auch noch eine sicherung also ist wirklich wie bei einer regulären zapf pistole und hier vorne kann man dann das bier oder das getränk seiner wahl rauszapfen davor muss man natürlich hier noch das befüllen wir haben hier ich hoffe man sieht es im zentrum entsprechend diesen schlauch und dann kann man hier das in betrieb nehmen wir haben zusätzlich dann auch noch hier eine gebrauchsanweisung einmal hier auf englisch und einmal hier ah nein ok beide seiten sind auf englisch also hier steht einfach wie man das ganze entsprechend befüllt wie man das ganze verwendet und ja so sieht das aus wunderbar gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal diese eben gezeigte bier zapfsäule oder ja generell zapfsäule müsst ihr nicht unbedingt bier damit konsumieren dann haben wir das poster beidseitig bedruckt jeweils im querformat das zertifikat im querformat und natürlich das album im digipack mit insgesamt 19 tracks auf der album cd 13 tracks auf der live cd und dann auch noch auf der dvd zusätzlich zwölf tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box nur die besten werden alt tour edition von jbo mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr jbo unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf auf ciao